Voila und Willkommen zu Bad Wars mit Klavier Ich muss echt einen Aufnahmepartner finden, Alter, das ist ja unglaublich Ja, das sag ich mir auch grad Man, die Map, die ist voll schön gebaut, aber die ist richtig hässlich Und jetzt nochmal ein logischer Die ist voll schön gebaut, aber die ist nicht gut für Bad Wars Wo ist denn wir das blöde Bett eigentlich? Oh man, als ob man da ganz hoch muss Hä, ne, hä, jetzt bin ich hier oben, jetzt kann ich da gar nichts machen, war Ich hab ehrlich gesagt noch gar nicht hoch, wo das Bett ist Ich hab hier nur mal das Eisen gefunden Das mit den Preisen ist halt hier ein bisschen behindert, finde ich Doch das eine Brustplatte 2 kostet, aber Kommst du nix ändern Ich hab halt echt nicht die geringste Ahnung, wo dieses Bett sein könnte Ich auch nicht Ach, hab's gefunden Ganz oben in dem Raum Nimmst du auch auf? Ja, ja, aber ich tue es noch Einmal frei Hä, wo soll das sein? Ganz oben in dem Raum Hä, Moment, ich muss mal Nein, Spaß ist eine eigene Insel Ah, okay Ah, da Jetzt seh ich sie auch Ja, ja Ach man, Herbsi, Herbsi Erst probier mich zu verarschen, ne Und jetzt sowas Ich würde dich niemals verarschen wollen Tschüss Nein Nein Du untermensch Hä, was hast du davon, dass mich verarscht Zu der Zeit, wo du mir sagen wolltest Ich war immer lieb zu mir Zu der Zeit, wo du mir gesagt hast, dass das Bett oben steht Hab ich bei dir gesehen, dass es auf einer Insel steht und dass du weitergebaut hast Ohoho, war ficht der Scheiße Ohoho, du Bastard Junge Als ob du mich jetzt hier die ganze Zeit postbimmst Ich vergass dich Ohoho Du Uhrenso Als ob du dich das gleiche vorhattest Alter, das ist wie CS-Match Oh mein Gott Wieso bist du da Wieso spawst du da Was machst du da Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Oh mein Gott, diese Kombo Oh fuck, geh auf, Alter Nein, das kann doch nicht passiert sein Das ist nicht passiert Ohoho Perfekte Scheiße Die Kombo war echt gut Alter, ich hab gar nichts mehr gerafft Ohohoho Wieso bist du in mir gespawnt? Weil da der Spawnpunkt ist Finde ich nicht gut Kannst du mal umlegen? Ich nicht, nein Mach mal Ich fäng mich mal ein bisschen mehr an Nein, ich fäng mich wieder zuerst in der Mitte Oh Fliegt davon, Vögelchen Oh fuck Ich hab mir die Freie mit dir Mach jetzt mal die Herbstaktik, ne? Nein Danke für den Boost Nein, nein Bist du schon wieder cool oder was? Einer mit Profis arbeiten Ach fuck Direkt noch ne Runde? Äh, ja, warum nicht Na okay Warte, ich muss aber Texture Pack wechseln Oh mein Gott Wie kann man jede Runde sein Texture Pack wechseln? Ich hab ein einziges Ressource Pack Das soll nicht auffallen, dass ich alles auf einmal aufnehme Du weißt schon, dass ich Dirk aufnehme und nicht schneide, ne? Das war auch Ironie Achso Und ich weiß, dass du nicht schneidest Muhahaha Obwohl, ich hab tatsächlich mein neues Video geschnitten Was übrigens ein Gewinnspiel war Ne, nicht schon wieder die Map Ah ja, was soll's, Mensch Gewinnsiges Hörer findest du bei Emerald Hors Klicke zwei Äh, alte 2 Euro Startgut haben Geschenkt Ja, nice Klicke hier Das ist der Link Für alle, die den haben wollen, ne? Klicke zwei Euro Startgut haben Gab's dafür schon, äh, einen TS gibt oder sowas? Ne, was? Für zwei Euro Bei, äh, Emerald Host Ne, ja, vielleicht vier Slots oder so Ja, reicht doch Kommst doch eh einen TS von Passi Ja, ich aber, wenn die Leute so, ne? Achso Ja, stimmt Das ist cool Ich hab gerade ganz vergessen aufzunehmen Ich spiel gerade hier übrigens, wenn Klavier wird Sorry, dass ich jetzt mitten in der Runde die Aufnahme starte Sag mal, Herbst, hast du Hast du etwa ein anderes Ressource-Pack als eben drin? Ne, ja, klar Könnte man etwa meinen, dass du Wir haben ja gestern schon aufgenommen und so Dass du mehrere Tage verschieden aufnimmst Ja klar, wir haben ja gestern schon aufgenommen und so Die Folge kam gestern Jetzt, wo du's sagst, fällt's mir auch wieder auf Danke für den Hinweis Ah, mein Gott Ach, Mensch Wo bleibst du nur, ja, so bleibst du nur Wo bleibst du nur Nein Halt's auf, du überlebst Geh weg Junge, was los bei dir, Mann Ich bin jetzt striggert Oh, das hat 10er-Ranger raus Ja, sorry, ich bin noch mit der Windows 10-Version Übrigens, Windows 10-Version Es gibt tatsächlich ein Video auf meinem Kanal Was? Es gibt ein Video über die Windows 10-Version auf meinem Kanal Ja, ja, bei mir genauso Liegt daran, dass wir mittlerweile wahrscheinlich 1 zu 1 den gleichen Content haben 1 zu 1 den gleichen Videos Ja, mein ich, ja Mein Content ist besser Ähm Also, das ist jetzt eine ziemliche Putz-Situation, Herbst, ne? Was? Entweder du holst halt mein Bett und ich hol dein Bett Ja Oder aber Du sagst, du gibst auf und alles ist gut Dann halt nicht Ich hab dir die Chance gegeben, ne? Das ist sehr verletzt Komm, laufen, komm Lauf Lauf nur dein Leben, Herbst Lauf nur dein Leben Bau dich ein Ich bin nicht Forrest Nein Weißer Der ist aber auch nicht um sein Leben gelaufen, direkt, ne? Der hat ja noch ein anderes mitgenommen, sobald ich weiß Also, wie ich umgebracht Ich kann ja auch nicht, meine ich natürlich nicht Mitgenommen im verellen Wölchensinn Als ob die Range ballert Oh mein Gott, geh weg, geh weg, geh weg Vergrab dich Du, du Meme, Jonas Du kleines, fettes Meme Du bist so ein Meme Ja, ich weiß Nein 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 Hast du jetzt nicht genügend Blöcke, oder was? Doch, doch, ich wollte noch mal ein bisschen Stress machen Oh mein Gott, das war klos, das war fast ein bisschen klos Das ist immer noch ein bisschen klos Wurdest du schon mal so in deinem Leben mit der Hand auseinandergefickt? Ähm, würde ich, ich würde gerne die Aussage dazu verweigern Weil, die Fickle Scheiße war das ne Kambo Das kommt so hot als OneClip Oh mein Gott Warte mal auf Twitter promoten damit, einfach so kurz rausschneiden Nein, Mann, auf YouTube Oh Mann Ich hab dich gesehen, aber irgendwie Ich hab einfach nicht nachgedacht Ich will hier gar nicht sein, ich will hier gar nicht Ey, bist du wirklich zu behindert? Ja, Mensch, Herbst, ne? Komm, hol sie, hol sie, hol sie Geht schon, drei, zwei, eins Hups, alle Wie zerstöre ich jetzt dein Liebes? Nein Mann Ich werde meinen Bruder holen Was? Kennst du das? Nein Bitte einmal hier einblenden, danke Ich werde deinen Bruder holen Unländiger Huren, so Das muss ich dir nachher schicken Du kannst einfach das Video einmaulen Weil, ich guck mir alle deine Videos an Dann würde sie aussehen Nee Hast du Angst vor dem Koppel oder Claim? Nee, ich will nicht schneiden Achso Oh mein Gott, bin ich bin da 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 Well done Ja, ich gammel hier fest, hab nix essen Nix essen, nix blöcke, nix leben Nix Gute Ahhhh Komm ran, komm ran Okay Zehn Minuten eins perfekt, Ende, tschüss Das ist Das ist